auch der predigtext für heute morgen für diesen dritten sonntag nach epiphanias erzählt wie ein fremder und wieder ist es ein soldat also im grunde genommen ein feind dem gott israels begegnet und wieder wird es ihm sehr leicht gemacht aus der perspektive dieses fremden soldaten sogar zu leicht ich lese den predigtext aus dem zweiten könige kapitel 5 übrigens das habe ich gerade eben noch gar nicht angesagt es gibt in diesem gottesdienst die möglichkeit fragen zur predigt zu stellen das heißt also wenn ich jetzt etwas sage wo sie noch eine frage zu haben oder mit dem sie nicht einverstanden sind oder so dann notieren sie sich das in ihrem handy und schicken es dann an die bekannte adresse sleep.do slash mela und carl-heins wird dann nachher die fragen vorlesen und ich werde versuchen sie zu beantworten elisha heilt den aramäer nahmann nahmann war der herführer des königs von aram sein könig schätzte ihn sehr und hielt große stücke auf ihn denn der herr hatte bewirkt dass er für aram siegreich war er war ein kriegsheld litt aber ein aussatz der aramäer überfielen das land israel immer wieder einmal hatten sie ein junges mädchen verschleppt das jetzt im dienst von nahmanns frau stand dieses mädchen sprach zu ihrer herrin ach wäre mein herr doch beim propheten in samaria der könnte ihn von seinem aussatz heilen da ging nahmann zu seinem herrn und könig und berichtete ihm das und das hat das mädchen aus israel gesagt darauf sagte der könig von aram geh dorthin ich werde dir ein schreiben mitgeben es ist für den könig von israel bestimmt nahmann ging los und nahm geschenke mit 340 kilogramm silber 6000 goldmünzen und 10 kostbare kleider so kam er zum könig von israel und übergab ihm das schreiben darin stand wenn du dieses schreiben erhältst weißt du ich habe meinen knecht nahmann zu dir geschickt damit du ihn von seinem aussatz heilst als der könig von israel das schreiben gelesen hatte zerriss er seine kleider er sagte bin ich denn gott kann ich töten oder lebendig machen da schickt dieser mir einen mann den ich vom aussatz heilen soll merkt ihr das er sucht nur einen anlass für den krieg elisha der gottesmann hörte davon dass der könig von israel seine kleider zerrissen hatte deshalb schickt er eine botschaft zum könig warum hast du deine kleider zerrissen nahmann soll zu mir kommen dann wird er erkennen dass es in israel einen propheten gibt so kam nahmann mit pferden und wagen zu elisha und hielt vor der tür seines hauses elisha schickte einen boten zu ihm hinaus geh und wasch dich siebenmal im jordan dann wird deine haut gesund und du giltst wieder als rhein doch nahmann wurde zornig er wollte weggehen und sagte ich dachte er selbst kommt zu mir heraus und stellt sich vor mich hin dann ruft er den namen des herrn an seines gottes er hebt seine hände und betet in richtung des heiligen ortes und so heilt er mich vom aussatz abana und papa die flüsse von damaskus sind die nicht viel besser als alle gewässer israels dann hätte ich mich gleich dort waschen können um wieder gesund zu werden voller zorn drehte er sich weg und wollte gehen da traten seine diener an ihn heran und sagten zu ihm herr was wäre gewesen wenn der prophet etwas großes von dir verlangt hätte hättest du es dann nicht getan doch er sagte nur wasch dich und du wirst gesund warum tust du das dann nicht also stieg er doch zum jordan hinab und tauchte siebenmal unter wie es der gottesmann gesagt hatte da wurde seine haut gesund wie die haut eines kindes und er galt wieder als rhein daraufhin kehrte er wieder zum gottesmann zurück zusammen mit seinem ganzen gefolge er trat vor ihnen hin und sagte nun weiß ich dass es nirgendwo einen gott gibt außer in israel er ist der einzige gott auf der ganzen welt nimm doch ein geschenk von deinem knecht an elisha beantwortete so gewiss der herr lebt in dessen dienst ich stehe ich werde nichts annehmen nahmann versuchte ihn zu überreden aber elisha weigerte sich schließlich sagte nahmann wenn du das nicht willst dann soll man mir deinen knecht erde mit geben so viel wie zwei maultiere tragen können denn ich will keine anderen götter mehr anbeten nur noch dem herrn will ich opfer bringen brandopfer und schlachtopfer sollen es sein nur das eine soll der herr deinem knecht verzeihen mein herr der könig besucht den tempel des rimmon um dort zu beten dabei stützt er sich auf meinen arm also muss auch ich dort auf die knie fallen und mit ihm rimmon anbeten der herr soll es deinem knecht verzeihen das ist eine lebendige anekdote aus dem leben vom propheten elisha dem nachfolger von elia eine erzählung mit ein paar pointen aber auch mit tiefgang und eine geschichte die anstoß erregen muss das irritiert mich wenn ihr da mit anderem beschäftigt seid das irritiert mich echt danke eine geschichte die anstoß erregen muss denn gottheit einen erklärten feind israels nahmann ist ein brutaler krieger selbst der könig von israel hat angst vor ihm und freut sich keineswegs auf seinen besuch nahmann hat menschen geraubt aus israel und außerdem protzt er mit seinem reichtum der könig von israel ist verzweifelt weil wir da weil er weder einen hohen zaun noch einen langen tisch bauen kann gegen den großen nachbarn aram ist er machtlos im krieg müsste er unterliegen aber einen langen tisch kann er ebenso wenig decken denn wie sollte er das gewünschte bringen einen menschen vom aussatz reinigen das kann nur gott elisha springt ihm zur seite und zeigt dass er ein mann gottes ist eigenartig irgendwie gelingt dem propheten und beides sich einlassen und sich abgrenzen er deckt einen hinreichend langen tisch wahrt aber gleichzeitig abstand er schenkt dem nahmann heilung aber er tritt auch nicht aus seinem haus heraus mit seinem protzigen gehabe kann nahmann bei ihm nicht punkten da parkt er mit seiner staatskarosse vor der prophetenhütte aber elisha tritt nicht mal vor die tür sondern schickt einen boten mit der einfachen anweisung wasch dich nahmann will nicht akzeptieren dass ein simples bad alles ändern kann als mächtiger kriegshauptmann ist er mit allen wassern gewaschen und der jordan wird dann nichts neues bieten wir christinnen und christen müssen da selbstverständlich gleich an die taufe denken die alles ändert wir glauben dass jeder mensch egal wo er herkommt egal was er getan hat einen neuen anfang machen kann was ein mensch ist und wie ein mensch ist das ist nicht von seiner herkunft bestimmt sondern was ein mensch ist und wie er ist das lassen wir uns von gott sagen wichtig ist nicht wo jemand herkommt sondern wichtig ist wo er hin will nach unserer glaubens überzeugung hat heimat nichts mit unserer abstammung zu tun sondern unser erklärtes bürgerrecht ist in der himmlischen welt gottes eine doppelte staatsangehörigkeit ist für uns ein alter hut nur dass jesus eben keine besser verteilt stattdessen gilt die taufe nach der berichterstattung über das neonazi treffen im november in potsdam gibt es einen regelrechten aufschrei in deutschland und das ist auch sehr gut so es gibt keine schweigende mehrheit mehr gegen menschenverachtendes gedankengut denn diese mehrheit schweigt nicht länger überall in deutschland gibt es demonstrationen und niemand der eine rechte partei wählt kann noch sagen er hätte ja nicht gewusst was die wirklich wollen remigration ist das unwort des jahres 20 23 geworden allgemein bekannt geworden ist dieses unwort durch die berichterstattung über das neonazi treffen in potsdam da schwadronierte martin sellner über seinen masterplan millionen von menschen aus deutschland zu vertreiben das nennt der junge österreicher dann remigration mit dieser schicken wortschöpfung will er menschenverachtung salonfähig machen ein volk meint sellner nämlich sei eine abstammungsgemeinschaft da kann sich niemand frei entscheidend dazu zu gehören genauso wenig könne irgendwer deutsch werden aufgrund einer juristischen feststellung wenn ich richtig verstehe was martin sellner sagen will dann wäre ein mensch nicht nur durch die eigene geschichte sondern auch durch die seiner vorfahren festgelegt und niemand wäre in der lage eine eigene entscheidung zu treffen darüber wer er ist und wie er leben will umkehr oder nach neu anfangen wären völlig unmöglich anders werden ist nicht drin denn das ist ja von anfang an bestimmt weil ich ja als deutscher in einer langen kette von deutschen ahnen stehe und gar nicht anders sein kann als deutsch wer völkisch denkt leugnet dass irgendein fremder zugang zum volk gottes finden kann wer glaubt wir seien durch unsere abstammung bestimmt der leugnet dass irgendwer als kind gottes angenommen werden kann denn damit haben wir eine neue abstammung wenn wir kind gottes sind wenn wir christinnen und christen sind dann sagen wir wir stammen von gott her das was in uns wirksam ist ist der geist gottes da stammt unser denken da stammt unser sein her was die taufe bedeutet können solche leute wie martin selner nicht verstehen klar und wer so denkt für den wäre es absolut widersinnig lange tische zu bauen denn die hohen zäune muss ja niemand errichten die stehen schon für immer fest so christinnen und christen glauben nicht dass irgendwer durch seine geburt oder abstand haben und festgelegt sei wir glauben dass gott jeden annimmt egal wo er herkommt es werden kommen aus osten und westen von norden und von süden die zu tisch sitzen werden im reiche gottes und das wird funktionieren denn dafür sorgt gott selbst weil er uns verwandelt und erneuert das ist natürlich ein argument dass die anhänger von hohen zäunen ins feld führen können im reich gottes mag das ja gehen so mit menschen von osten und westen und norden und süden weil die menschen dann ja schon in christus verwandelt sind wenn sie in der herrlichkeit gottes angekommen sind im himmel sind ja alle nett alles böse und schlechte ist dann ja vorbei und auch das wovor wir angst haben jeder ist dann so wie gott ihn eigentlich gemeint hat insgeheim denken wir dann vielleicht jeder ist dann so wie wir gerne sind selbstverständlich vertragen sich dann alle opfer und täter können sich im himmelreich versöhnt in die augen blicken aber noch sind wir nicht im himmel und wir sind nicht versöhnt wir sind nicht verwöhnt entschuldigung wir sind nicht verwöhnt mit wunderbaren neuen menschen die alle sind wie wir sondern wir müssen mit anderen zurecht kommen die andere gewohnheiten haben andere wertmaßstäbe die anders aussehen die anders sprechen die anders riechen im himmel mögen sich alle verstehen aber hier ist das nun mal nicht so ich glaube es ist typisch menschlich dass wir menschen das mögen was uns ähnlich ist und das fremde stößt uns ab und macht uns angst ich halte es jetzt für müßig dafür nach erklärungen zu suchen so in der steinzeitlichen horde mag diese abstoßende haltung gegenüber allen fremden überlebenswichtig sein und mir ist egal wie die steinzeitlichen horden heute heißen mögen ich will da nicht mitmachen ich will mich nicht damit abfinden dass es schrecklich kompliziert sein muss mit dem fremden und andersartigen zurecht zu kommen na man war regelrecht enttäuscht zu hören wie einfach es mit gott ist geh baden gott möchte es uns nicht schwer machen wissen sie ich glaube ja dass gott unaufhaltsam zu uns kommt es werden kommen von osten von westen von norden und von süden die zu tisch sitzen werden im reich des herrn das geht weil gott aus der einzigen und wahrhaftigen himmelsrichtung kommt er kommt aus seiner herrlichkeit zu uns er kommt weil er will dass wir das leben die fülle haben dass wir vor dem fremden und andersartigen angst haben hat vielleicht den grund wir haben angst das für uns nicht genug bleibt wir haben angst dass die anderen uns das wegnehmen was wir doch selber brauchen bei gott gibt es aber keinen mangel an irgendetwas in der herrschaft gottes ist von allem genug da da muss niemand neidisch sein oder stehlen oder sorge haben dass ihm etwas genommen wird denn bei gott ist ja die fülle und ja das anzunehmen ist nicht schrecklich kompliziert das zeichen dafür dass wir kinder gottes als kinder gottes angenommen ist das ist die taufe so einfach ist das und wenn menschen sie annehmen und auf die fülle hin leben und sie von gott erwarten dann können sie schon jetzt lange tische bauen wohl wahr ja nicht alle die an den langen tischen platz nehmen werden sich so benehmen wie wir das gerne hätten aber ich denke an die malgemeinschaften die jesus gehalten hat da hat er doch auch vorbehaltlos eingeladen überlegen sie mal der zoll einnehmer der musste nicht vorher an der tür erklären also ich werde von nun an niemanden mehr betrügen und ich werde meinen ganzen reichtum an die armen abgeben nicht erst dann durfte er am tisch platz nehmen nachdem er das gesagt hatte sondern umgekehrt er war noch nicht verwandelt als er mit jesus am tisch saß sondern als er diese gemeinschaft erlebt hat daraufhin hat er sich geändert daraufhin ist er anders geworden glauben wir doch an einen gott der uns bedingungslos einlädt und der uns die freiheit einräumt anders zu werden glauben wir doch an einen gott der nicht alles davon abhängig macht wo wir herkommen und wie wir waren sondern glauben wir an einen gott der uns als seine kinder annimmt das ist die einladung die ich heute morgen weiter sagen möchte glauben sie an den gott der nicht guckt wo wir herkommen sondern dem es einzig und allein darum geht wo wir hinwollen glauben wir an diesen gott der uns an seinen langen tisch einlädt amen ja es gibt im moment drei fragen sie sind gerne eingeladen noch weitere zu stellen du ich bin auch mit drei fragen schon zufrieden gibt es grenzen für ein land was die aufnahmefähigkeit anbelangt da würde ich es darauf ankommen lassen also der bundesrepublik deutschland hätte niemand zugetraut dass es kamen dann ja nicht nur die ersten vertriebenen sondern dann im laufe der zeit auch noch jede menge aus der ddr die in den westen geflohen sind so dass ich weiß gar nicht wie viel waren es zwölf millionen insgesamt zwölf millionen vertriebene flüchtlinge haben ihre heimat gefunden in einem ziemlich armen land das am boden war mit zerstörter infrastruktur das muss den deutschen erstmal jemand nachmachen und ich weiß nicht ob da dann schon die grenze erreicht ist also vielleicht gibt es eine grenze aber ich glaube die haben wir noch nicht erreicht und wenn wir von der fülle gottes her denken dann glaube ich der wird eine ganze menge möglich machen also ich glaube nicht dass es sinnvoll ist zu sagen 200.000 flüchtlinge können wir aufnehmen und wenn dann der 200 erst tausendste oder wie heißt das dann also wenn der dann kommt dass wir dann sagen müssen ach jetzt geht es aber nicht mehr wer so denkt der hat nicht verstanden welche not dahinter steht und der hat auch nicht verstanden dass gott gerne gibt mit denen die das auch weitergeben vielen dank für die beantwortung nächste frage heilt gott heute noch und wie natürlich macht gott das natürlich übernatürlich das wäre dann schon die frage wie er das macht ja gott heilt gott heilt heute noch und ihm stehen dazu viele möglichkeiten offen er kann durch ärzte heilen er kann wenn er lust hat spontan heilen ähm das können wir getrost ihm überlassen und wir können eins machen wir können um heilung beten das tun wir in der gemeinde auch regelmäßig und ähm jeder der sich fragt kann gott heilen dem würde ich raten probier doch mal aus das ist das schöne ja bei gott ja dass man immer kommen kann und ausprobieren mit einem offenen ende und hoffnung dass er uns anrührt es steht bei mir stellen sie die erste frage also ich habe keine weiteren fragen bis jetzt hier auf meinem handy gibt es noch vielleicht aus dem raum her ich könnte es dann auch gut sein lassen also wenn ich mal ja gut dann war ich mal eindeutig und klar das ist doch schön vielen dank vielen dank der Gleif danke dir danke dir drawings Untertitelung des ZDF, 2020